Mit dem ersten Bewusstsein dämmern in mir die herrlichen Fressen und Bilder des Kapuzinerklosters zu Bamberg auf. Noch heute sehe ich das himmlische Antlitz der heiligen Rosalia, die wunderbaren Gestalten der Engel und Heiligen in mir aufleuchten. An meine Herkunft habe ich keine Erinnerung. Eines kalten Wintermorgens hatten mich die Brüder als kränklichen Säugling vor dem Altar der heiligen Rosalia aufgefunden. Alle Kerzen am Altar waren entzündet und man sah darin den Willen der Heiligen, sich meiner anzunehmen. Musik 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 Bruder Medardus Musik 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 der du noch so jung bist, rate ich, das Kistchen niemals zu öffnen. Ja, Graf Victorino, ich bin beeindruckt, wie ich es gesagt hatte, das Ebenbild des lieben Bruder Medardus, die Maskerade ist perfekt. Und du glaubst nicht, wie mich dieses Schauspiel inspiriert. Musik Es gibt keinen anderen Ausweg, der kindische Alte muss sterben. Zur Tat, zur Tat, was zauderst du? Der Augenblick entflieht. Nein, schrie ich heftig, unwillkürlich rand ich los, in wilder Wut durch die langen Gänge. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Sie sind ein sehr unterrichteter, geistreicher Mann, Herr Leonard, ergänzte ich. Es muss die Gunst des Himmels sein, die sie zu uns führte. Sie ahnen nicht, wie sehr ich mich über jeden gebildeten Geist erfreue, der mich umgibt. Herr Leonard, ich bitte Sie, nein, ich bestehe darauf. Erweisen Sie mir die Ehre und besuchen Sie meinen Zirkel. Versprechen Sie es mir. Das Morgenlicht brach in farbigen Strahlen durch die bunten Fenster. Da rauschte es in meiner Nähe und ich erblickte ein schlankes Mädchen. Sie bewegte sich mit unbeschreiblicher Anmut. Dann sah sie mich an. Als öffne sich die Tür zu einem lang versiegelten Schrein, blitzte es tief in mir auf. War dies nicht das Bild, das schon mit dem ersten Bewusstsein in mir aufging? Wie das fleischgewordene Bildnis der heiligen Rosalia aus meinem Kloster stand das liebliche Antlitz vor mir. Aber wie? Wie sollte es möglich sein? Medardus, hast du mich erkannt, Medardus? Oh Gott, oh all ihr Heiligen, rettet mich! Lasst mich nicht wahnsinnig werden! Nur nicht wahnsinnig, lasst mich werden! Brüderchen! Erzähliger Mensch! Was willst du? Was willst du von mir? Da tönte es grausig aus meinem Inneren. Du dem Satan erkaufte, bist du ihm denn empflohen, dem Mönch? Ein warmer Blutstrom schoss hervor über meine Hand. Mein Nektakörper ist der Blutendest. Ich kippe. Und mehr und mehr verstarb das Bild. Ich fühle, wie der Atem mich verlässt. Doch, da ist etwas, ja, stützt mein Haupt, hält sonst meine Hand und seine Stimme. Die Liebe ist voller Mitleid und Güte. Medardus! Nur die Liebe ist die Kraft, die dich erretten kann. Die Liebe ist die Kraft, die dich erretten kann. Die Liebe ist die Kraft, die dich erretten kann. Untertitelung des ZDF, 2020